und damit willkommen zurück liebe leute zu super mario maker 2 1 subscriber level per day still hills von dark link welches ich mir herausgesucht habe denn er ist ja ein kanalmitglied und bei kanalmitgliedern um das kurz einmal aufzuklären kann ich mir auch die level raussuchen das heißt dass wenn ihr ein kanalmitglied werden wollt dann wie gesagt schickt ihr mir eure baumeister id und ich suche mir dann eure level raus dann heißt es ihr braucht nicht mehr die level schicken sondern alles ist easy aber ich brauche eure baumeister id oder mindestens ein level von euch jedenfalls den namen von einem eurer level oder beziehungsweise die id nun gut 8,95 abschlussrate 18 erfolgreiche von 201 versuch weltrekord bei 19 sekunden das wird eine angenehme sache bevor ich dann morgen anfange zu heulen ähm milliam so dann wollen wir mal oh yeah mal schön klassisch genau ich springe gerne hier rüber so oh ach leck mich doch du blödes Ding fehlt mir klassisch was komplett klassisches leute ich fühle mich hier gerade echt wie bei nintendo aber sowas ne jetzt fühle ich mich nicht mehr bei nintendo hier fehlt ein block hier fehlt eine blockreihe da weigere ich mich nö nö will ich nicht nö also wirklich ja klassisch gut was soll ich sagen fand ich gut war klassisch war richtig klassisch also wenn ihr sonst die level von Darkling kennt sowas klassisches immer extravagant Dato-ärgant verdammt ach komm egal komm kann man gut spielen doch so ein richtig typisch klassisches nintendo level aber komplett würde ich nicht sagen also wenn man mir jetzt das level hingepackt hätte und gesagt hätte hier die erste welt von mario brothers hätte ich gesagt ok kauf ich die ab oder kauf ich die ab also wenn ihr hier punkte habt wo ihr sagt ne das ist nicht typisch nintendo dann sagt es ruhig also ich finde das sah typisch nintendo aus also von dem her gibt es von mir ein herz ich sage bis zum nächsten mal und ich bin euer Traut rein tschö und ich bin euer Traut